Oh, das muss bei echt nicht sein. Hallo, jetzt mal ehrlich. Das ist ein behinderter Mensch, sag mal. Ja, ist behindert. Ohne Platze. Behindert ist der. Das ist ja scheiße, da habt ihr unsere Frau eingefallen. Verdammt, die Scheiße. Das ist nicht das Soße. Letzte. Auf euch kann man nur noch spucken. Wir haben auch schon zum Schiedswald gesagt, ihr ist behindert. Hört doch mal auf. Oh ja. Oh ja. Ihr kriegt es irgendwann mal wieder. Und nicht euch. Das ist ein schöner Pressefutzi. Mehrfach, das ist ein guter Ehrlich. Ja. Können wir verpissen dich. Können wir machen. Das ist ein Racker. Warum hau ab hier, Alter. Du seid doch eh wo alle lügen. Was reißt du, wie du sprach? Du Arscher. Verschwindet nur. Du lügst doch eh nur. Verpiss dich, du Arscher. Frankreich. Nie wird dir deine Kamera noch nicht. Keine Frutze. Meine Hakenfresser. Vielen Dank. Vielen Dank.